Der Prolog von Urit vom 26. September Gedenken Der heilige Johannes der Theologe, Apostel und Evangelist, war der Sohn des Fischers Zebedeus und Salomis, der Tochter Josefs, des Verlobten, der allheiligen Gottesgebärin. Vom Herrn berufen, war er von ihm nicht getrennt bis zum Ende. Mit Petrus und Jakobus war er bei der Auferweckung der Tochter des Jairus zugegen, sowie bei der Transfiguration des Herrn. Beim letzten Abendmahl lehnte er an der Brust Jesu. Als alle anderen Apostel den gekreuzigten Herrn verlassen hatten, blieben Johannes und die allheilige Gottesmutter unter dem Kreuz. Im Gehorsam gegenüber dem Herrn war er wie ein Sohn für die heilige Jungfrau Maria und sorgfältig diente er ihr und beschützte sie, bis zu ihrem Entschlafen. Nach dem Entschlafen nahm Johannes seinen Schüler Pochorus mit, um das Evangelium in Kleinasien zu verkünden. Er lebte und wirkte größtenteils in Ephesus. Durch seine geisterfüllten Predigten und Wunder bekehrte er viele zum Christentum und erschütterte das Heibentum bis auf den Grund. Die erbosten Heiden fesselten ihn und sandten ihn nach Rom zu Kaiser Domethian. Domethian ließ ihn foltern und auspeitschen. Doch weder das stärkste Gift, das man ihm zu trinken gab, noch das Ziden der Öl, in das man ihn warf, vermochten ihm zu schaden. Der Kaiser erschrak dadurch und der erdachte, Johannes sein Sterblich, verbannte ihn auf der Insel Patmos. Dort bekehrte der heilige Johannes viel zum Christentum durch Worte und Wunder und festigte die Kirche Gottes. Er schrieb auf der Insel Patmos sein Evangelium und die Offenbarung. Und der Kaiser Nero, der allen Gefangenen Freiheit gewährte, kehrte Johannes nach Ephesus zurück, wo er noch einige Zeit lebte und das Werk, das er zuvor begonnen hatte, festigte. Er war mehr als hundert Jahre alt, als er zum Herrn ging. Als seine Schüler später sein Grab öffneten, fanden sie sein Leib nicht vor. Am 8. Mai jeden Jahres entstieg ein feiner Staub duftend und heilkräftig seinem Grab nach einem langen, arbeitsreichen und fruchtbaren Leben auf Erden, nahm dieser geliebte junge Christi, diese wahre Säule der Kirche, seine Wohnung in der Freude des Herrn. Der gottgeweihte Nilos von Kalabrien war ein Großherst geht unter den Griechen in Kalabrien. Der Gründer mehrerer Klöster war ein Wundertäter und Verteidiger der Reiner des orthodoxen Glaubens. Er unternahm eine lange Reise, um einen Mann vor schwerer Bestrafung zu retten. Er besaß glühende Nächstenliebe und ging ein in die Ruhe im Jahr 1005. Nilos hinterließ viele würdige Schüler, unter ihnen der angesehene, heilige Bartholomeus, der mehrere Kanonnes verfasste und im Jahr 1044 entschlief. Lobeshymne Der heilige Johannes, der Apostel und Evangelist Der heilige Johannes, der Evangelist, Sohn des Zebedeus, des Fischers, war jung, als in die Liebe Jesu innigst entflammte. Der treuste Freund des Herrn mit reiner, jungfräulicher Seele, mit einer Seele lauter und liebevoll, hellsichtig und heldenhaft. Er verkündete wundersame Mysterien und entsiegelte die Ewigkeit. Er sah das Schicksal der Welt vom Anfang bis zum Ende. Er verkündete die Liebe und in der Liebe wandelte er. Zum Thron des Alleristen Gottes wurde er in Liebe entrückt. Und durch die Liebe wurde er erhoben wie ein schneebedeckter Berg. Der Sohn des Donners, furchterregender Prophet, doch sanftmütig und zart fühlend im Herzen. O Johannes, sehr der Wunder! O Donner der Heilige! Trage unsere kleinen Bitten zu deinem Freund, dem Erlöser. Bringe uns nahe zu ihm, dem mächtigen Gott, dem süßen Gott. An seiner Brust zu liegen, sind wir unwürdig. Doch bringe uns nahe, nahe seinem Fuß. Betrachtung Wer ein Sünder von seinem Irrweg zurückführt, der wird seine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden zudenken. So schreibt der Apostel Jakobus. Christi Apostel sprach nicht nur auf diese Weise, sondern bestätigten ihre Worte durch ihre Taten. Über den heiligen Apostel Johannes berichtet der heilige Clemens von Alexandria, dass er an einem gewissen Ort in Kleinasien einen heidnischen Jüngling getauft hatte und ihn der Obhut des örtlichen Bischofs übergab, bevor er wieder aufbrach, um sein Werk der Verkündigung des Evangeliums fortzusetzen. Während der heilige Johannes abwesend war, wurde der junge Mann verdorben und begann zu trinken und zu stillen und schließlich schloss er sich einer Räuberbande an, die im Wald Reisende überfiel und ausraubte. Nach einiger Zeit kehrte der heilige Johannes zurück und hörte vom Bischof, was mit diesem jungen Mann geschehen war. Ohne einen Augenblick zu verlieren, suchte sich der heilige Johannes ein Pferd und ein Führer und eilte in den Wald, in dem die Räuberbande ihren Unterschlupf hatte. Der Heilige sich suchte den Wald, entdeckte die Räuber und trat vor ihren Anführer. Der junge Mann ergriff die Flucht, eilte den Heiligen gewahrte, doch dieser, ob schon betagt, konnte ihn einholen. Da fiel der junge Mann dem Apostel zu Füßen, konnte ihm aber aus Scham nicht in die Augen blicken. Johannes umarmte ihn und küsste ihn, wie es ein Hürde tut, dessen verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Johannes brachte ihn in die Stadt zurück und befestigte ihn erneut in einem Leben des Glaubens und der guten Werke. Und der junge Mann, nun gottgefällig, entschlief nach einiger Zeit in Frieden. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über das geteilte Herz des Königs Amaziar gegenüber Gott und über Gottes Bestrafung. 2. Chronik 25 Wie Amaziar zuerst tat, was Gutes vor dem Herrn und Gott ihn über seine Feinde siegen ließ. Wie er die Götzenbilder der Edomiter nach Jerusalem mitbrachte, die nicht einmal den Edomitern zum Sieg verholfen hatten und ihnen Verehrung erwies. Wie Gott die Israeliten schickte, die ihn besiegten und eine Verschwörung gegen ihn stand und er getötet wurde. Homilie Über das Gebet, das der Liebe entströmt Heilige, sieh in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17 Wenn eine Mutter stirbt, hat sie mehr Sorge um die Kinder, die sie zurücklässt, als um sich selbst. So sind die Bande großer Liebe. Der Herr Christus besaß eine noch größere Liebe zu seinen Jüngern, alternde Mutter, zu ihren Kindern. Als es im Todes schritt, betete der Herr für seine Jünger zu seinem himmlischen Vater. Er betete nicht deshalb, weil es irgendetwas gegeben hat, das er für sie nicht hätte tun können, sondern um seine Wesenseinheit mit dem Vater und seine Liebe zu ihm zu zeigen. Doch warum betonte er die Wahrheit des Vaters in diesem Augenblick, da er doch zuvor den Geist als Geist der Wahrheit bezeichnet hatte, als er zu seinen Jüngern sprach, der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit führen, um die Gleichheit des Vaters und des Heiligen Geistes zu zeigen. Sagte nicht der Herr zuerst über sich selbst, ich bin die Wahrheit? Johannes 16, Vers 4 Nannte er nicht danach den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit? Und siehe, hier hebt er die Wahrheit des Vaters hervor. Heilige sie durch deine Wahrheit. Wer darin irgendeinen Widerspruch sieht, hat noch nicht die Einheit und Dreiheit Gottes verstanden. Die Einheit des Wesens und die Dreiheit der Personen Durch die Betonung der Wahrheit einer jeden einzelnen Person der göttlichen Dreiheit als etwas Wesenhaftes und Unteilbares zeigt der Herr die Gleichheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn wenn eine der Personen nur eine geringere Wahrheit besäße, wäre sie geringeren Wesens als die anderen beiden Personen. Und mit geringer Wahrheit gehen geringere Kraft und Liebe und Weisheit anher. Daher sprach der Herr über sich selbst und den Vater und den Heiligen Geist als wahrhaftig, damit die Menschen ihre völlige Wesenseinheit erkennen und an sie glauben. Gerade daher keiner der Gläubigen durch irgendeine heretische Lehre, die einen Mangel an Wesenseinheit der Personen der Heiligen Dreiheit behauptet, ins Wanken, sondern jeder achtet darauf, sein Herz von der Sünde zu reinigen, wie man einen Spiegel von Staub reinigt und er wird die große Wahrheit des Dogmas, der gleiche des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sehen. O dreieine und göttliche Dreiheit, erleuchte uns mit dir selbst und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.